Applaus Ja, manche schaffen sich keine Kinder an, die haben dann auch gerne mal einen Hund, die gehen dreimal am Tag mit ihm raus, an die frische Luft und zack, ist die für andere nicht mehr frisch. Hundekot gibt es in Deutschland ja haufenweise. Kein Wunder, wir haben in Deutschland 5 Millionen Hunde. Das macht 14 Tonnen Kot pro Tag. Noch mehr Scheiße am Tag produziert nur eine RTL 2. Wenn ihr das mit dem Nudelholz plattwalzt, Bedeckt, dass eine Fläche, die ist genauso groß wie Sachsen. Nur noch brauner. Da gibt es auch Hundekot-Tüten, ne? Hundekot-Tüten. Die werden jetzt noch seltener benutzt, als der Seifenspender auf dem Herrenklo. Andererseits verständlich, Hundekot-Tüten sind ja oft noch hässlicher als so manche Designertasche. Vielleicht würden mehr Leute Hundekot-Tüten benutzen, wenn drauf stünde Kaka Chanel. Die Leute, die geben so viel Zeug aus, so viel Geld aus für Hundezeug. Die Deutschen geben im Jahr 5 Milliarden Euro aus für sowas. 20.000 Arbeitsplätze hängen da dran. So Berufe wie Hundefriseur, Hundetrainer und Jakobs-Sisters. Von dem Geld könnte der Christian Wulff seinen Urlaub selber bezahlen. Damit sind wir beim Thema Männer, Männer und Frauen. Ich werde ja oft gefragt, Frau Ruscher, Sie sind ja eine der wenigen weiblichen Kabarettistinnen in der Szene. Da sage ich immer, ja, das stimmt. Die anderen Kabarettistinnen sind alles Männer. Die Inhalte, die beiden tun, ja, das ist ja auch nicht. Die zweifelten Menschen, die beidenpitzen sind ja auch immer noch nicht. Das stimmt. Achtung. Das ist ja auch nicht.